Einen jetzt, ne? Noch mal, ne? Und dann, hier, BattleCook mal und dann... Ja, das war nicht mehr... Ach, ich bin auf dem ersten Twitter. Ich hab'n Versöhnungsgeschenk. Ha, noch ne Kugel, oder was? Ja. Aus der Flairgun. Wo bist du? Dann geb' ich da auch'n Geschenk. Moment mal, es müsste AlterniefPrivate sein, er hat dem nicht, äh, nachgeguckt. Detective? Ja. Darf ich... Liste Reiche. Wie, oder? Insane ist tot. AlterniefPrivate, er hat dem Leiche nicht nachgeguckt. Ne, was war denn, äh, der Tote war innocent, oder was? Ja, durch Headshot ist er gestorben. Okay. Ja, durch, nicht direkt. Oh, nein, er ist nicht, er ist nicht. Moment mal. Hä, ist es der jetzt? Äh, nein, der oben aus dem Haus hat einer geschossen aus dem Haus. Aus dem Haus, aus dem... Ich sterbe... Alle sterben um mich herum, ich bin zu dumm. Bist du Traitor, oder was? Ha, nein. Ich tote alle die Zunge... Alle sterben um mich herum, wie kommt das? Das ist Detekt... Sorry. Ja, sorry. Wie viel Leiche, die Liebe, wir brauchen die alles identifizieren. Achtung, geht er weg. Hier ist ein Sniper, hier ist ein Sniper. Geht er weg. Oh, shit. Okay, danke. Wo bist du? Tot nicht so. Verpiss dich. Okay, oben auf dem Dach ist noch jemand. Soll ich ihn töten geben? Ja, geh du vor. Wenn ich zu dir komme, sorry. Okay. Nein, nicht slappern, nicht slappern, ich habe ein Geschenk an ihn, warte! Ich habe ein Geschenk an ihn, hör auf! Nicht slappern, Pinguin, ich habe... Ich habe ein Geschenk. Okay, er wollte ihm einen G-Hotzen. Shit. Der machte dein Geschenk wohl nicht. Nein, du hättest den Aim-Bad drin hast. Nein, wenn du einen Pinguin drin hast. Pinguin. Pinguin? Pinguin?